Die Universitätsklinik hat natürlich verschiedene Schwerpunkte. In erster Linie sicher Patientenversorgung, aber auch Forschung und Lehre. Und wir bilden Studierende aus, das ist sicher eine der Hauptaufgaben. Aber ganz im Vordergrund steht auch die Patientenbetreuung. Zum einen betreuen wir Patienten in einem Krankenhaus der Maximalversorgung. Wir haben also ein großes Notfallzentrum. Und ein sehr großer weiterer Schwerpunkt sind Patienten mit Tumorerkrankungen. In einer Universitätsklinik werden die Patienten, glaube ich, auf sehr hohem und gutem, sowohl wissenschaftlichem als auch menschlichem Niveau betreut. Und die Forschung richtet sich natürlich auch darauf aus, die Ergebnisse speziell bei Tumorpatienten und auch die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Ich vertrete ja heute Herrn Professor Sievert, den leitenden ärztlichen Direktor, der durch eine Vortragsverpflichtung in Österreich verhindert ist. Und auch in seinem Namen, das heißt also auch im Namen des Vorstandes, bekennen wir uns ganz ausdrücklich zur Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen. Ganz wesentlich ist auch, dass der Vorstand gemeinsam auch mit dem Ministerium investiert in die Versorgung von Patienten und damit auch die Lebensqualität oder überhaupt die Gesamtumstände der Patienten, gerade mit Tumorerkrankungen, zu verbessern. Ich kann vielleicht Bauaktivitäten erwähnen. Es wurde jetzt gerade die Klinik für Tumorbiologie gekauft, die exklusiv für Patienten mit Tumoren zur Verfügung steht. Und im Bau ist das interdisziplinäre Tumorzentrum, was ein zentrales Bauprojekt des Klinikums ist. Und was ich in meinen Einführungsworten gesagt habe, auch ein Forschungszentrum, ein Zentrum für transnationale Zellforschung. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Beiträge, dass wir die Versorgung verbessern. Die Patienten, das sehen Sie auch an diesen Veranstaltungen, die ja sehr gut besucht sind, das ist ein großer Fokus, dass wir die Patienten informieren und dass wir auch in den Dialog treten mit den Patienten, speziell mit diesen Erkrankungen. Also zum einen einmal in diese Bauprojekte, die ich gerade geschildert habe, und auch in die Forschungsprojekte. Und das Klinikum unterstützt natürlich auch Studien, die Behandlungsverbesserungen haben. Ganz wichtig ist aber auch, dass wir bei zum Beispiel stationären Behandlungen die räumlichen Konzepte verbessern. Die Räume werden freundlicher, es werden Reha-Maßnahmen angeboten und auch der Patient wird über zum Beispiel auch Betreuer und Psychologen aktiv mit in Behandlungsentscheidungen eingebunden. Behandlungsentscheidungen Behandlungsentscheidungen Behandlungsentscheidungen